Bhagavad Gita vor Wort Als ich zum ersten Mal die Bhagavad Gita in der Übersetzung von Robert Boxenberger 1836-1890 las, war mir dieses schönste, ja vielleicht einzig wahrhafte, philosophische Gedicht, das all unsere bekannten Literaturen aufzuweisen haben, wie Willenhelm von Humboldt die Gita empfand, bereits vertraut. Die Ausgabe von Boxenberger gefiel mehr wegen ihrer leichten Verständlichkeit und der Kraft, die in den gereimten Versen liegt. Mit dieser Übersetzung promovierte er an die Universität Jena. Sie wurde 1919 in Leipzig mit höherer Auflage verlegt, nachdem sie seit 1870 zur Verfügung stand. Ich möchte mit einer vollständigen Überarbeitung dieser Übersetzung der Bhagavad Gita den Zugang zu diesem zeitlosen Werk spiritueller Weisheit erleichtern und gleichzeitig vertiefen. Boxenbergers Wertschätzung für den Inhalt der Gita ist unverkennbar und seine Übersetzung ist eine historische Pioniertat. Sie trägt die Kennzeichen ihrer Zeit, der Zeit von Historismus, und enthält auch jene Unvollkommenheiten, die Pioniertaten oft begleiten. Ungenauigkeiten, die den tieferen Zugang zu diesem Werk behindern, wie zum Beispiel die Gleichsetzung von Brahman mit Gott, die Bezeichnung Indisch als Sprache, wo die Gita doch in Sanskrit verfasst ist. Christoph Martin Wieland hatte 1827 das erste Mal den Begriff Weltliteratur verwendet und damit den kosmopolitischen Blick der romantischen Bewegung eingefangen. Der deutsche Indologe und Religionswissenschaftler Helmut von Glasen ab legte 1955 eine Überarbeitung von Boxenbergers Übersetzung mit dem Wunsch vor, veraltete Ausdrucksweisen zu ersetzen und den wahren Sinn des ursprünglichen Textes dann wiederzugeben, wenn er aus seiner Sicht verfehlt schien. Diese Übersetzung ebnete den Weg für eine vertiefte Anerkennung indischer Kultur im deutschsprachigen Raum, wieso also eine weitere deutschsprachige Fassung der Gita. Über viele Generationen hinweg haben Suche nach Weisheit, das Wissen der Gita empfangen und es unverfälscht und treu weitergegeben. Eine wichtige Schlüsselfunktion nehmen dabei jene großen Meister ein, die nicht nur mit Integrität und Offenheit das Gehörte weitergeben, sondern die ewige Wahrheit im eigenen Erfahren bestätigt sehen. Von diesen Menschen lernte ich seit nunmehr 30 Jahren die Aktualität der Gita kennen und ihre Weisheit mit wachem Verstand anzuwenden, was eine tägliche Herausforderung ist. Ich bemerkte, dass von Glasen ab für komplexe Sanskritbegriffe differenzierendere Übertragungen fand. Er ließ sich aus meiner Sicht jedoch an wichtigen Stellen zu stark von Shankaras Interpretation des Vedanta-Leiden, zum Beispiel Brahma-Nirvanam-Rijati. Im Ewigen löst es sich auf. 2.72 Also setzte ich mein Vorhaben fort, wozu mich Freunde und Wegbegleiter immer wieder ermuntert hatten. Auch erschien es mir nun sinnvoll, die Hauptkommentatoren der Gita in der Einführung vorzustellen, um einen Eindruck von der Tiefgründigkeit zu vermitteln, mit der die Aspekte des einen Gottes im Vedanta beschrieben worden sind, und wie sich der Reifungsprozess eines nach Wahrheit Suchenden im Spiegel dieser Kommentare darstellt. Dadurch wird auch verständlich, warum Menschen seit Alters her in dem Sprecher der Gita den alle Gottesaspekte umfassenden Urgrund allen Seins sehen, dessen Wahrnehmen im Reich der Vergänglichkeit in Menschenworten nur sehr unzureichend wiedergegeben werden kann. Das Sanskrit der Gita besitzt dafür jedoch einen äußerst genauen und treffenden Ausdruck, ist man sich erst einmal der Bedeutungstiefe wichtiger Sanskrit-Begriffe bewusst geworden. Die Anmerkungen am Ende der Gita dienen hauptsächlich diesem Zweck. Die meisten Verse wurden von mir verändert. Manche bedurften einer kompletten Neugestaltung. Manchmal war es nur ein einziges Wort. Die Anmerkungen zu den Strophen 5.24 und 6.29 zeigen beispielgebend Gründe dafür auf. Nicht selten hat es viele Tage gedauert, bis die zufriedenstellende deutsche Entsprechung eines einzigen Sanskrit-Wortes, so wie es im Urtext steht, gefunden war. Es waren vor allem vier Werke, die mir auf unschätzbare Weise geholfen haben, die Bedeutung der Strophen und der einzelnen Wörter zu erfassen. Die sehr ausführlich kommentierte Bhagavad-Gita, wie sie ist, von A.C. Bhaktivedanta Swami Der Bhagavad-Gita-Kommentar Und schließlich war es Baladeva Vidyabhuschanas Gita-Kommentar, Gita-Bhuschana-Bhasya. Zu Baladevas umfangreichem schriftlichen Werk zählt auch eine Erläuterung Govinda-Bhasya, der Brahma-Sutras, aus der Sicht der Vaishnavas. Diese Persönlichkeiten haben die Lehren der Gita in ihrem Leben integriert. Das macht ihre Kommentare tiefgründig, authentisch und lebensnah. Ihre Kommentare besitzen außerdem wertvolle Hinweise zu besonderen Wortsbedeutungen und erhellen schwierige Satzkonstruktionen, die mir bei der deutschen Formulierung komplexer Zusammenhänge geholfen haben. Dadurch konnte ich scheinbare inhaltliche Widersprüche auflösen und Nuancen der Wortbedeutungen besser erfassen. Die Bhagavad-Gita ist hauptsächlich im Metrum des klassischen Schloka verfasst, was eine Übertragung in Versform nahelegt. Gita bedeutet Lied, Gesang. Der Schloka ist eine Strophenform aus zwei Zeilen mit jeweils zwei Gliedern, Pada, die jeweils acht Silben besitzen. Da einzelne Verse aber im Original ein anderes Metrum haben, sind sie durch Einrücken und Rhythmuswechsel erkennbar. Um des ungestörten Leseflusses willen, habe ich mich bei der Übertragung der Sanskrit-Wörter, für die im Englischen benutzte Schreibweise entschieden. Für mich ist die Zeit, die ich mit der Bearbeitung der Gita verbringen konnte, ein großes Geschenk. Betrachtet man die Welt im Licht der Bhagavad-Gita, so ist sie eine organische Einheit, der ein göttlicher Plan zugrunde liegt. Das Universum ist kein lebloser Raum, denn die Gita beschreibt eine Vielzahl unsichtbarer Kräfte, die in ihm einen lebendigen Organismus erkennen lassen. Ihre vielfältigen Lehren spiegeln eine universelle Ordnung wider, in der jedes Wesen und jede Erscheinung ihren sinnvollen Platz besitzen. Die Gita vermittelt ein Weltbild, mit dem es leicht ist, alle Menschen auf ihrer Suche nach Wahrheit zu achten und zu verstehen, eine der wichtigsten Grundlagen für den Frieden in der Welt. Ich habe den aufrichtigen Wunsch, dass das vorliegende kleine Buch mit großem Inhalt in seinen Lesern Nachdenken, Bewusstwerdung und innere Freude anregt. Olaf Thaler, Oktober 2015